wow wir haben es geschafft und du aber aber seit jahrhunderten hat niemand mehr einen drachen getötet nicht seit der keulung der lindwürmer und ihr habt ihn getötet und zwar für mich du erst der drache kamen zu die quere mehr nicht streit es ruhig ab aber ich bin gerettet und das verdient eine belohnung geflochtene mistelpfeile gerade als händler perfekt austariert danke na ja warte ist es nicht habt ihr meinen bruder gesehen ja er sagt du hast kein talent und dass ich schrullig bin nein bestimmt dass ich das aussehen einer waffe nein den zweck vorziehe dass ich hochnässig bin nein und verklemmt kleinlich ich weiß was er denkt aber er kann mir nicht mehr verbrenn das ich habe keine zeit für sowas nein nein warte 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 ich habe eine bessere idee was ich brauche einen zahn von dem drach was sie nicht genau egal so unrein so schrecklich unrein so jetzt fahr damit die sehne des bogens entlang du es einfach adrius dein bogen zweimal sollte rein schön sachte wow Oh, klar. Jetzt seid ihr beeindruckt. Ähm, wie erklärt das? Ich habe... Oh, du hast es schon selbst rausgefunden. Na dann, vergiss es. Ist ja nicht so, als wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Nein, nicht doch. Solange es dir hilft. Ja. Also was führt euch zu mir, Freunde? Na, das ist doch was. Und was hättest du denn gerne? Also noch etwas für dich? Gab's noch mehr zu besprechen? Kommt mir so vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Ogre und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Klar, ich weiß. Es ist nur, um stark zu sein, fühlt sich gut an. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Na bitte, soll ich ihn zerschmettern? Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er hat sich komplett explodiert. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er läuft nicht schon wieder. Ich bin zerschmettern. Ich bin zerschmettern. Ich glaube, ich werde langsam besser. Ich bin zerschmettern. 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 Churuba! Hier. Junge. Jawohl. Noch eine Markierung. Das war's für heute. 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 Da! Der Gipfel! Wir sind ganz nah dran! Dein Köcher. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt! Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir, kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erst mal. Gut? Gut. Hm. Geh. Langsam, Junge. Pass auf, wo du hinträtzt. Dann mal los! Den bringe ich zu Fall! Ja, ich bin. Gut. Oh mein Gott! Was ist das? Ich sehe Fortschritte. Ich sehe Fortschritte.